Ja, hallo, schönen guten Abend, Dresden, Spanien. Wir haben gerade im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wie wir den heutigen Podcast beginnen, den 80. Keiner von uns wusste das so genau, aber ich würde sagen, wir wollen euch und uns das Leben nicht komplett vermiesen lassen, nur weil so ein durchgedrehtes Arschloch da Weltherrschaft spielt. Also in diesem Sinne, Pandemie ist zu Ende. Willkommen zum ersten Kriegspodcast. Ich hoffe, ihr wisst, wie das einzuordnen ist. Man kann diesem Irrsinn ja eigentlich nur mit Satire entgegentreten, oder? Ja, wobei das auch fast ein bisschen schwerfällt, was? Es fällt sehr schwer, großartig satirisch zu sein. Ich bin in den letzten Tagen ja alles so richtig klargekommen, wenn ich ehrlich bin, weil ich nicht wusste, wie ich mit so einer surrealen Situation umgehen sollte. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, das ist tatsächlich schwierig, finde ich. Also gerade, weil man ja da auch so viele Leute kennt irgendwie. Also auf beiden Seiten vor allen Dingen irgendwie. Und weil man es sich wirklich nicht vorstellen konnte, oder? Das war völlig surreal. Und einen Tag nach unserem Podcast quasi früh, ich dachte erst, okay, jetzt ist er da halt im Osten irgendwie, macht irgendwelchen Quatsch, bis ich erst mal die Dimensionen erkannt habe. Das war, also finde ich jetzt noch total krass. Ja, man kann es überhaupt nicht fassen, dass das wirklich passiert. Also in echt. Wir waren so oft in Kiew und ich bin mit Leuten da in Kontakt. Und die, also Leute wie du und ich mit einem ganz normalen Leben schlafen jetzt im Luftschutzbunker komplett. Und das ist noch nicht so lange her. Kiew war ja quasi noch vor der Pandemie eines der letzten Auslandskonzerte. Da war diese Koffertausch-Story und so, das war alles von der Rückreise, die ich immer erzählt habe von Kiew. Also es ist noch gar nicht so lange her. Das ist echt total krass. Wie gesagt, ich hatte ja in den letzten Tagen echt Probleme damit, weil ich mit diesem, mit dieser surrealen Situation überhaupt nicht klargekommen bin. Und mir hat es dann echt geholfen. Ich habe mich dann wirklich, ich habe ja zuerst die Vogel-Strauß-Stadt-Regie angewandt und habe Kopf in Sand gesteckt. Dann habe ich gesagt, ich informiere mich überhaupt nicht. Ich will davon ja nicht stören. Hat jetzt nicht geholfen. Und dann habe ich den Spieß umgedreht und habe mich wirklich gründlich informiert. Und ich muss sagen, das hilft mir jetzt ein bisschen damit umzugehen, weil die ganze Sache wird ein bisschen greifbarer. Man kann sich seine eigenen Gedanken machen. Man kann ungefähr nachvollziehen, was da abgeht. Also bei jedem, dem das da auch so geht, kann ich das nur empfehlen, dass man sich dann wirklich informiert. Weißt du nicht, wie macht ihr das? Macht ihr das auch? Ja, ich weiß nicht. Das Problem ist halt irgendwie, wo informierst du dich? Und wo ziehst du deine Informationen her? Das ist halt irgendwie immer schwierig. Das gibt halt so wahnsinnig, also ja, ich weiß nicht. Ich habe mal verglichen, ich habe diesen Live-Ticker ARD, ZDF, NTV und die Welt und so verglichen. Und die bringen wirklich eigentlich fast in Echtzeit alle die gleichen Meldungen, die so kommen. Und da kommt halt wirklich nur der aktuelle Stand, wie das ist. Also da sind Truppen einmarschiert und so. Also da sind keine Wertungen oder keine Interviews. Ich würde sagen, um mal auf Sven einzugehen, also ich finde das eigentlich in dem Falle eigentlich auch relativ egal, ob dieses eine Foto von der einen Rakete nur echt ist oder nicht. Ja. Die grundsätzliche Sache ist ja glasklar. Ja, klar. Das ist schon crazy. Ja, ja, trotzdem. Aber wie gesagt, ich finde das, also mich beunruhigt das eigentlich eher, muss ich sagen. Also die Beschäftigung mit dem Thema, gerade auch, weil wir da einfach so viele Leute kennen irgendwie und sich das so vor Augen zu führen, was da gerade passiert. Und also so ein bisschen, ja, aber so ein bisschen ähnlich hatten wir das ja auch schon mit Leuten, die wir halt in Südamerika kennen, wo das zum Beispiel in Bolivien so losging irgendwie. Das ist ja auch noch nicht lange her, da gab es ja so eine Art, so einen kleinen Bürgerkrieg irgendwie, wo halt auch auf den Straßen geschossen wurde und irgendwelche Granaten durch die Gegend gepfeffert wurden und so weiter. Und die Leute da auch wirklich Angst um ihr Leben haben mussten und so. Und das war auch, das ist auch noch nicht lange her. Das hat bloß in Europa halt niemanden interessiert. Und deswegen war das hier so gut wie gar nicht in den Medien. Und jetzt hat man halt denselben Scheiß schon wieder. Und irgendwie, also mich, ich muss sagen, also mich beunruhigt schon eher mehr, je mehr ich darüber höre und so. Und wie gesagt, also ich glaube gerade, was so die, ich meine jetzt melden sich halt wieder zahllose Experten, die irgendwelche Szenarien entwerfen und so weiter. Und ich glaube, da höre ich dann tatsächlich lieber weg, weil das ist total Quatsch. Diese, diese, weißt du hier, diese vom Corona-Experten und Virologen haben jetzt umgeschult innerhalb von einem Tag auf Kriegsberichterstatter. Genau. So was gucke ich mir auch nicht an. Ich gucke mir halt wirklich bloß Live-Ticker an. Und wie gesagt, ich empfinde das immer so, ich stelle mir das so vor, wenn hinter meinem Rücken irgendwas passiert und ich nicht sehe, was da ist, macht mir das irgendwie noch mehr Angst, als wenn ich ungefähr damit umgehen kann, wenn ich weiß, was auf mich zukommt. Also Angst habe ich trotzdem noch, aber. Also ich bin ja hier mal der Berufsoptimist und ich habe ja auch schon in dem Chat geschrieben, ich könnte mir echt vorstellen, dass am Ende endlich mal die ganze Welt begreift, inklusive auch den Leuten in Russland selber, was das für ein Freak ist. Und der wird damit, ich glaube, der kommt damit nicht durch. Das ist einfach, ich habe es noch nie erlebt, dass die ganze Welt erzählt. Die Frage ist, wie lässt man so einen Typen aus so einer Nummer rauskommen? Das geht nicht mit ihm. Ich denke wirklich, das geht, also jetzt tue ich mich selber an, wie so ein Experte, aber ich selbst kann mir das wirklich nicht vorstellen, solange der Typ was zu sagen hat. Also ich kann mir ja echt nur einen Putsch oder irgend sowas vorstellen ansonsten. Also hoffen wir. Dann müssen auch welche Leute nicht mehr mit ihm mitmachen. Weil ich glaube, jetzt müssen doch auch alle sehen, dass der Typ auf Biegen und Brechen hier irgendwas. Es ist immer die Frage. Ich kann den Krieg ja auch nicht seiner Bevölkerung verkaufen. Das ist ja alles. Das fängt ja jetzt schon an zu bröckeln. Ja, klar, es fängt langsam an zu bröckeln, aber ich meine, die Beispiele aus der Schichte zeigen, dass das schon ziemlich lange geht, den Leuten irgendwas vorzumachen. Aber da gab es noch kein Facebook, Instagram und so, weißt du? Also wie gesagt, ich bin echt da. Ja, ja. Das Ding ist natürlich, wir haben jetzt Dienstag. Da müssen wir uns eigentlich jede Silbe genau überlegen, wenn man weiß, was Freitag ist. Ja, genau. Also im besten Fall ein bisschen besser als heute, im schlimmsten Fall noch schlimmer. Wenn die Sanktionen den Leuten jetzt langsam ans Geld gehen und das Essen irgendwann knapp wird und so was, was ja abzusehen ist, weil der Rubel ist fast überhaupt nicht mehr wert. Und ich glaube nicht, dass jetzt die Bevölkerungsversorgung Vorrang hat. Ja, man hört ja auch schon, die Oligarchen wenden sich langsam ab und so. Das ist auch ganz, ganz gut. Und was ich bei dem ganzen Scheiß aber echt ganz positiv finde, ist, dass Europa relativ einhellig beieinander steht gerade mal. Ja, das muss ich auch sagen. Das hat einen ganz guten Nebeneffekt sozusagen. Hätte ich echt nicht erwartet, oder? Ja. Und das, ich finde, was mich am meisten beeindruckt, sind die Ukrainer selber. Ja. Inklusive ihrem Präsidenten. Ich meine, niemand hat Bock auf Krieg und diesen ganzen Scheiß. Aber er macht das so geschickt, indem er immer wieder diese blöde Rhetorik verlässt und das auf eine ganz persönliche, menschliche Hibne holt. Und das ist schon cool. Cool, blödes Wort in dem Zusammenhang. Aber das ist wirklich da, das klingt immer komisch, stolz auf irgendwas oder jemand zu sein. Aber ich kann das echt nicht anders beschreiben, als dass ich total stolz auf die ganzen Leute bin, die sich da nicht unterkriegen lassen irgendwie. Einfach keinen Bock auf so einen scheiß Diktator haben. Und genau so muss ich allerdings auch sagen, die Leute in Russland, die auf die Straße gehen dagegen, Hut ab. Ja, auf jeden Fall. Absoluter Hut ab, weil das ist wirklich gefährlich und das wirklich nicht. Weil, was die erwartet, wissen wir ja alle. Ja, auf jeden Fall. Also, dass das Regime dort nicht gerade zimperlich mit seinen Kritikern und Gegnern geht. Das ist übrigens auch was, was ich sehr positiv finde, dass relativ schnell doch einheilig alle auch ganz klar diesen Freak benennen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss, dass jetzt alle immer von den Russen reden oder von Moskau oder irgendwelchen Scheiß. Aber Gott sei Dank achtet da ja jeder drauf und ist sich auch im Kern einig, dass es nur um diesen einen Freak und noch irgendwie ein paar Idioten um ihn rum geht. Man muss auch sagen, es ist auf jeden Fall immer wichtig, das immer nochmal zu erwähnen. Beruhigt ihn fast auch ein bisschen, dass so ja Länder sagen wie China und so. Oh, jetzt mal ruhig, einigt euch mal lieber hier. Und alle sagen, das ist so ein Zeichen für mich, dass alle sagen, Alter, was ist mit dem denn los? Was macht der denn? Oder? Das ist wie so eine Schockstarre, die irgendwie immer um die Welt gegangen ist, wo andere sagen, Alter, dass der jetzt gleich so losliegt, haben wir jetzt echt nicht gedacht. Und vielleicht sind da auch ein paar Stauffenbergs dabei. Erfolgreichere Stauffenbergs. Klaus, wenn du mich hörst, die Aktentasche schön nah dran, nicht dazwischen und dann. Der Einzige, der wieder nicht damit klarkommt, dass die Aufmerksamkeit ein bisschen von ihm weggeht, ist wie der Nordkorea-Hansel, oder? Der musste natürlich auch wieder irgendwie erstmal Schlagzeilen machen. Ja, klar, aber das ist natürlich der Lieblingsamerikaner Trump, oder? Stimmt. Da wird es eigentlich schon wieder mal lustig, tatsächlich. Genau, ich habe eigentlich nur noch auf irgendwelche lustigen Kommentare von der AfD dann parallel gewartet irgendwie. Aber die halten sich gerade hoch zurück. Nee, nee, heute habe ich gelesen, dass die AfD gegen Waffenlieferungen sind. Naja, sie müssen ja irgendwie dagegen, das geht ja gar nicht anders. Es bricht ihnen ja alles weg, jetzt müssen sie ja, irgendwas müssen sie ja sein. Jetzt müssen sie irgendwie einen anderen, das ist, das finde ich auch irgendwie gar nicht, gar nicht so einen schlechten Nebeneffekt bei der ganzen Geschichte, dass dieser ganze, also das jetzt, ich glaube, dass jetzt ganz vielen Leuten bewusst wird, was gerade wichtig ist, irgendwie. Ja, das stimmt. Und nicht irgendwie, nicht diese, diese ganze, diese ganze Wut, die sie sich alle irgendwie mehr oder weniger einbilden und die, die sie so wahnsinnig wichtig fanden in den letzten zwei Jahren, jetzt, ich glaube, das ist ganz gut, dass die Leute, dass die Leute jetzt mal bewusst wahrnehmen, dass das gerade um ganz was anderes geht irgendwie. Wenn sie das jetzt noch schaffen, mit dem Klima einzusehen, dann. Aber tatsächlich, wenn wir uns ja unabhängig vom Gas machen, wie gesagt, sind wir wieder die Experten, ist das ja auch so ein vielleicht positiver Nebeneffekt, irgendwie, dass jetzt die Leute endlich das auch mal einsehen, dass es wirklich wichtig ist, also weil es einfach sich selbst auch betrifft. Und das könnte wirklich ein Signal sein, dass man irgendwie ein bisschen umdenkt auf der gesamten westlichen Hemisphäre. Meine Güte, sind wir positiv heute? Das ist ja Wahnsinn. Aber wir wollten doch eigentlich heute positiv sein. Ja, das ist ja Sinn und Zweck unseres Podcasts. Ich finde aber auch, das hat wirklich, neben all den schrecklichen, da hat es wirklich auch positive Signale. Diese Finnland sagt, leck mich am Arsch, wir liefern jetzt auch Waffen, wir haben eine riesen Grenze. Die Schweiz macht das erste Mal hier. Ey, die Schweiz, das erste Mal, oder? Der Einzelne, der nicht mitmacht, ist Altbundeskanzler Schröder, der sagt, nee, ich bleib lieber bei Gazprom. Aber dafür hat heute seine ganze Belegschaft bei ihm gekündigt, hab ich gelesen. Echt cool. Also man sieht einfach wirklich, dass die Leute jetzt echt mitmachen und es keine Ausreden mehr auch einfach gibt. Genau. Er steht jetzt praktisch alleine da im Pumphaus bei Nord Stream 2 und macht alles, oder? Mit Blaumann und macht auch nebenbei die E-Mails noch mit. Also was für, das ist wirklich eine Randfigur mittlerweile. Genau, genau. Ja. Ja. Naja. Er hatte seine Zeit. Also nicht unerwähnt lassen sollten wir vielleicht auch, dass uns eine E-Mail aus Russland natürlich erreicht hat. Stellvertretend bestimmt für viele, weil ich meine, man weiß, wie viele Leute überhaupt, also wahrscheinlich wenige, diesen Podcast hören. Ich fand es überhaupt erstaunlich. Da muss man sich erst mal unser deutsches Gequatsche anhören und dann wirklich auch dann noch schreiben. Das ist wirklich super cool. Ja. Wie sich dann von der Daria kam, die E-Mail, viele Grüße. Genau. Wie sich dann natürlich auch distanziert und so. Ja. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass das unsere Fans generell betrifft. Genau, ja. So optimistisch bin ich jetzt mal. Ja, du weißt halt nie, was Propaganda anrichten kann. Wissen wir alle irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Und das macht halt einfach auch echt viel mit Leuten. Und insofern wird es jetzt Kim zum Vorwurf machen, der aus Russland kommt, das ist völlig anders. Nee, also gerade wir Deutschen sind ja irgendwie zwölf Jahre so einem Freak hinterher gelaufen und haben es auch nicht geschafft, uns selbst zu befreien. Also wir sollten da echt mal die Füße stellen. Der Einzige, der dafür kann, und das ist nun mal Putin, weil das ist ein Diktator, der hat niemanden, den er um Erlaubnis fragt. Er ist das Auslager. Auch schon auf Lebenszeit. Genau, genau. Bei dem stimmt definitiv auch was nicht. Also das ist ja wirklich... Ja, ich meine, guck dir fast jeden Herrscher an auf der Welt irgendwie, gerade die Autokraten, das sind alles Psychopathen und irgendwie alles Narzissen und die haben alle ein Ding an der Waffel. Das ist einfach, sonst kommst du da ja nicht hin, glaube ich, irgendwie. Ja. Sonst schaffst du das nicht. Wenn du Zweifel hast oder so, dann kommst du doch überhaupt, dann kommst du doch nicht mal irgendwie in die Lokalpolitik irgendwie. Ich glaube, dann willst du das, oh ja, nicht, oder? Wer will denn freiwillig so ein Schwimmbecken großes Arschloch werden? Ja. Und dann... Das Problem ist halt immer nur, den Arschlöchern, die wissen das ja nicht, die merken das ja nicht. Denen geht es ja gut, das ist das Unfaire daran. Na klar. Weißt du? Ja. Das ist... Aber umso besser für alle Arschlöcher da draußen, dass man jetzt mal zeigt, dass die Erde auch zusammenstehen kann, wenn so ein Typ ausflippt, ist vielleicht auch ein Ernst-Judits-Signal, dass man sagt, oh, halte ich vielleicht doch ein bisschen die Füße still. Aber wie gesagt, das kann ja auch trotzdem noch ganz anders kommen. Naja, wir werden es einfach sehen. Ja, aber ansonsten können wir ja heute, wenn wir hier das schwermütige Thema lassen wollen, einfach mal vielleicht ein paar Fragen abarbeiten, oder? Ja. Wir haben ja jetzt hier noch über Weltpolitik gesprochen. Genau. Ja. Genau. Gucken wir jetzt zur Thema. Wir stehen ja auch ein bisschen dafür, von blöden Themen abzulenken. Das wäre mal also... Ja, wobei das wirklich die größte Herausforderung in unserer Podcast-Karriere ist, glaube ich. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Podcasts gehört, die jetzt seit der letzten Woche erschienen sind. Die tun sich alle wirklich echt doch schwer damit irgendwie, die ganzen Leute. Klar, ja. Insofern, ja. Egal. Wir versuchen unser Bestet irgendwie. Wir gucken mal. Ja, dann fangen wir einfach an. Dann war mit den aktuellen Fragen. Na klar, ganz aktuell kam von der Peggy kam rein. Die möchte wissen, ob es für Görlitz schon eine Running Order gibt. Also wann welche Band spielt? Irgendwo wissen wir das schon? Boah, nee. Also ich weiß nur die Reihenfolge. Aber um wie viel Uhr wer spielt? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also es fängt natürlich mit Seedrake an. Und ich glaube, dann kommen Solitary Experiments und dann spielen wir. Ist ja schließlich Solar Faken Friends. Logisch, dann müssen wir ja zum Schluss spielen. Ja, aber wann wer spielt und wie lange? Keine Ahnung. Aber wir versuchen schon, dass jede Band auch echt lange spielen kann. Dass das irgendwie schön wird für alle. Ja, also ich würde mir an dem Tag jetzt nicht noch was anderes vornehmen. Oder Peggy? Was hast du denn noch vor? Nee. Genau. Ist ja auch ein Samstag. Kannst du vormittags noch einkommen? Und dann willst du das Seedrake auch nicht verpassen. Genau. Solitary. Genau. Nee, aber wenn wir das genauer wissen natürlich, dann können wir das ja hier nochmal an der Stelle durchgeben. Ja, ja. Und die Peggy grüßt ihren Sven. Genau. Hallo Sven. Ja, hallo Sven. Von mir und. Ja, das wäre bestimmt genötigt, dir den Mist immer anzuhören. Von daher mein Beileid. Genau. Und weiter tapfer durchhalten. So sieht's aus. Ja. Karen hat noch gefragt, ob sie die einzige ist, die Patches haben will. Ich weiß ja nicht so genau. Kam da irgendwie was? Nee. Nee, tatsächlich nicht. Müsste sehen, nee. Also, Karen, ja. Karen musste selber sticken. Karen, glaube ich. Ach so, ja, Karen. Wie Mioska. Wie die Mioskas, Karen. Ach so, Karen. Ja, nee, aber ich kenne tatsächlich auch, ich habe auch einen Kumpel, der ist total patchverrückt irgendwie und dann muss auch die Qualität stimmen. Das finde ich auch witzig. Also, für ihn ist das auch immer so ein Kaufanreiz bei einer Platte, wenn da ein Patch dabei ist. Also, ich kenne noch oldschoolige Leute, aber die hören wahrscheinlich nicht so oder fake, ja. Eigentlich wäre geil, wenn wir da echt so ein Patch entwerfen würden, also das königliche Wir, Sven, mit so einem Heavy-Metal-Logo, weißt du, so gefakt. Ach so, ja. Dass das schon auf eine Kutte passt. Genau. Und so weit, was man ja auch nicht lesen kann. Genau. Ja, genau. Dazu auch noch eine kleine Warnung, wenn man als, sag ich mal, sieben- oder acht-Klässler mit einem selbstgestickten Bob Dylan-Patch in die Schule kommt, was deine Oma entnäht hat, kann man auch ganz schnell zum Außenseiter werden und im Zentrum des Gespützes stehen. Oh Gott. Ich habe im Internet mal, man weiß ja nicht, ob es Fake News waren, einen riesengroßen Rückenpatch von Celine Dion gesehen. Ja, das Bild habe ich auch gesehen, das ist sehr schön, ja. Das ist wirklich geil. So in Metal-Manier. Aber Bob Dylan ist auch geil, vor allem von der Oma, mit der Storys natürlich. Ja. Ja, das ist, also ich stand wirklich auf Bob Dylan in der Zeit schon, da hat man ja zum Außenseiter alleine schon gemacht, wo die anderen gerade so angefangen haben, ein bisschen Abba zu hören, aber dann noch mit so einem selbstgestickten Offenheer an der DDR-Jeans-Jacke in die Schule zu kommen, da war die Grenze erreicht dann. Ja, krass. Und die Karin hat noch eine USA-Runde, Schnellrunde geschickt. Okay. Danke. Ja. Mal gucken, ob die heute machen oder so, ich habe sie mal hier vorne mit rankopiert. Ja, na schauen wir mal. Genau. Ja. Genau, und dann hat uns die Ina noch über Baseball und Softball aufgeklärt. Ähm, genau. Ja, also Softball ist irgendwie die, die, irgendwie wohl die Frauenvariante von Baseball, oder? Irgendwie. Ich habe mir tatsächlich vorgestellt, bis zu ihrer E-Mail, dass sie da wirklich mit so einem weichen irgendwie Schaumkommie durch die Gegend, also mit so einem Stoff, Schaumstoff, aber es macht natürlich keinen Sinn, der wird nicht weit fliegen. Der wird nicht weit fliegen, nee. Das war natürlich wieder hochgradig dumm von mir. Nee, sie hat da wirklich eine ganz lange ausführliche E-Mail geschickt, gut bebildert, vielen Dank, das war echt unterhaltsam. Und tatsächlich glaube ich, jetzt ist das gar nicht mehr, dass ich das zu Unrecht gedisst habe, diese Sportart. Genau, ja, schließe ich mich auch an, das scheint vielleicht doch entspannend zu sein irgendwie. Ja, genau, sie hatten noch ein paar Fragen und sie grüßt einen gewissen André, einen ominösen Sven und noch einen, ihre Jeans halt. Ah, ja toll, da grüßen wir doch mit. Ja, da grüßen wir uns selber an. Ja, da grüßen wir uns mal selber. Ja, in bekannter Weise. Das ist doch auch mal schön. Guck mal, das erste Mal, dass wir selbst gegrüßt werden. Cool. Ja, das wird aber auch Zeit, Leute. Also ich muss schon sagen, ich habe darauf echt gewartet. Ja. Ja, hat schon ein bisschen weh getan. Ja. Genau, ja, genau. So, und jetzt Fragen, komm Sven, lies mal vor. Fragen, Fragen zur US-Tour. Begleitet euch da eigentlich? USA, USA. Ich finde jetzt alles, was Nationalkram ist, sollten wir weglassen. Die sind ja jetzt auch nicht so, die, naja, egal. Wir sind ja noch am Beantragen unseres Visums. Ich werde mich jetzt nicht zu irgendwelchen Äußerungen hinreißen lassen. Deswegen rufe ich das ja immer rein. Ach so, deswegen, okay, genau. Begleitet euch da eigentlich ein komplettes Booking-Team beziehungsweise Tour-Team oder kommt da nur einer mit? Kommt da nur einer mit? Also, also. Keiner eigentlich. Eigentlich, na doch. Von hier. Also unsere, von hier kommt überhaupt keiner mit, genau. Nee, wir haben alles von vor Ort. Wir hoffen ja, dass das Booking schon gemacht wurde, wenn wir da drüben ankommen. Genau, das wäre immer besser. Wenn die Clubs vorher wissen, dass wir kommen. Das wird nicht spontan vor Ort sein. Genau, nee, also das kommt natürlich die Bookerin mit, weil die natürlich die ganzen Verträge mit den Clubs gemacht hat und auch den Wagen gemietet und so weiter und so fort. Dann haben wir jemanden dabei, der uns abmischt sozusagen und jemanden, der sich um unser Merch kümmert und noch so ein bisschen beim Auf- und Abbauen hilft. Das heißt, wir haben eigentlich drei Leute, wobei das ganz coole ist, dass die zwei Leute, also der Tonmann und der Helfer und Merch macht und so, die sind quasi von der einen Band, die uns da supportet auf der Tour, von Horty Culture. Und ja, das ist ganz cool. So irgendwie, das passt dann ganz gut. Wobei, die sind nur ein Teil der Tour dabei. Aber sind dann jetzt, also als Band, aber als Crew sind sie quasi die komplette Tour dabei. Ja, und dann fragt sie weiter, ob wir dann einen Bus haben, mit dem wir die ganze Zeit rumfahren und einen Fahrer haben. Naja, nee, wir haben so ein, wir haben quasi so einen Sprinter mit einem Hänger, glaube ich. Das sind da, aber die sind da größer in Amerika. Das ist so quasi so ein Zwölfsitzer und dann noch ein Hänger da dran quasi. Also das ist schon relativ komfortabel zu fahren, aber wir fahren halt selbst irgendwie. Beziehungsweise wir wechseln uns da alle ab irgendwie wahrscheinlich. Das sind ja teilweise schon Strecken. Genau, und dann fragt sie noch, ob wir da unseren gesamten Kleiderschrank mitnehmen oder ob wir unterwegs waschen. Ja, diese Frage habe ich ja auch schon in unsere Gruppe gestellt. Die beschäftigt mich auch schon seit Wochen, sage ich dir, Ina. Ja, ich muss sagen, bei der letzten Tour habe ich viel zu viele Klamotten mitgenommen. Ich bin an die untersten Schichten in meinem Koffer überhaupt nie ran gekommen. Also ich nehme diesmal auf jeden Fall, jetzt ist ja auch nur die halbe Zeit erstmal, weil wir unsere Tour quasi unterteilen. Jetzt drei Wochen und dann im nächsten ja nochmal drei Wochen. Aber man muss ja auch sagen, oder? Wir sind ja auch im Hotel, Jans Juten, die kommen mal im Waschbecken was auszuwaschen und so. Genau, und es gibt ja halt auch quasi in jedem Hotel eigentlich so Waschmaschinen, wo man quasi selbst dran waschen kann, so kleinen Waschsalons sozusagen. Und da kann man dann auch mal schnell was drin schmeißen und so, wenn man ja noch Zeit hat. Das Problem ist halt immer, wenn du halt abends nach dem Konzert ankommst, dann gibt es da eine Waschmaschine für zwölf Leute. Das wird schwierig irgendwie. Und meistens ist man ja auch jetzt ja nicht mehr in Stimmung dann noch. Das stimmt. Ja, das kommt noch dazu. Wenn du am Anfang erstmal 13 Stunden angereist bist zum Spielort und dann gespielt hast und dann nachts leicht beschwippst, im Hotel kommst und dann noch jetzt die Kernsäfe rausholen sollst und waschen. Und du mal halb sieben wieder aufstehen möchtest, weil du ja weiterfahren musst. Ja, genau. Und, Jans, wie machen wir das mit dem Schlagzeug? Also quasi verpackst du deins von hier oder gibt es eins vor Ort? Das haben wir ja tatsächlich auch kurz überlegt, ob wir das irgendwie hinkriegen, weil mir war das am liebsten, aber aktueller Stand ist, dass wir da eins anmieten. Ja, auch von unserer Vorband, also Vorband sag ich jetzt mal von unserem Special Guest, oder? Ich weiß nicht, du hast ja mit dem schon geschrieben irgendwie, ne? Ja, genau. Die letzte E-Mail hat er dann nicht mehr beantwortet. Okay. Dann hab ich irgendwas Falsches geschrieben. Ja, hast du wieder Schimpfworte alle, die dir einfallen, unten runtergeschrieben, oder was? Wahrscheinlich. Als Begrüßung, als Verabschiedung, du Wichser. So als automatische Verabschiedung, die man so einstellen kann. Genau. Anstatt von meinem iPhone gesendet. Fuck off. Genau, kam dann etliche Grube. Fuck you, you fucking fuck. Ja. Nee, also Schlagzeug ist dann von dort, genau. Ja, das Mieten war. Genau. Ja, und sie fragt halt noch so generell, ob wir alles mitnehmen, oder ob es in den Clubs viel gibt. Also wir haben natürlich unser großes Case, das müssen wir natürlich selber mitnehmen, da wo unser Mixer drin ist sozusagen, und unsere ganze Technik halt irgendwie, das haben wir alles so in einer großen Kiste. Genau, ansonsten werden wir wahrscheinlich auf viel aus den Clubs zurückgreifen müssen. Irgendwie. Aber viel ist es dann eigentlich nicht mehr, eigentlich nur noch Licht und was dann am Ende laut macht, damit die Leute irgendwas davon hören. Und das hängt eigentlich überall drin. Also, ja. Ja, die Madeleine hat noch eine ganz lange E-Mail geschrieben. Einfach so ein bisschen Feedback zum Podcast. Ganz nett. Und vielen Dank. Und sie hat noch eine Serienempfehlung, Chasing Cameron. Cameron, Cameron, wie spricht man den aus? Cameron? Chasing Cameron, würde ich sagen. Cameron, das kann niemand so gut wie du. Ja, genau. Kennt ihr das? Nee. Nee, sagt mir nichts. Nee, sagt mir auch nichts. Dann müssen wir das nachholen. Läuft auf Netflix, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Okay. Ja. Genau, und sie hat auch noch eine Schnellrunde geschickt. Die habe ich natürlich hier irgendwo ganz bald hinten hin kopiert. Also sie kommt dann irgendwann nächstes Jahr. und sie hat ganz viele Grüße. Und zwar grüßt sie Veit und Ramona. Veit und Ramona. Gerd und Simone und Antje und Andreas. Ja, Wahnsinn. Grüße. Ja, Grüße. Ja, auch von dieser Stelle. Herrlich. Ja. Sehr gut. Die wärmsten Grüße. Sag mal, wollen wir noch ein paar ältere Fragen machen vielleicht? Ja, na klar. Sonst müssen wir die mal abhaken hier. Genau. Guck mal, Sandra, die fragt nämlich mich und Jeans, ob wir Bilder von André bei uns in der Wohnung hängen haben. Habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einen. Ich habe gar keinen Platz. Ach stimmt, Jeans, du hast ja wirklich eins. Ja. Also um das mal klarzustellen, keine Fotografien jetzt von mir. Deine gemalte Bilder. Gemalte. Also hoffe ich, Jeans, oder? Was weißt du, was mir der Helge immer für Fotos schickt? Na, aus dem Backstage, die dann für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Nee, ich habe ein Bild von André. Habe ich das nicht mal erzählt, dass ich das am Anfang falsch rum aufgehangen habe? Ja. Das ist eine von diesen, also deine abstrakte Kunst. Ja, was ich persönlich ja eigentlich so schlimm finde. Weil ich finde, abstrakte Kunst hat immer nur den Auftrag, das muss eben gefallen. Und wenn es eben auf den Kopf besser geht. Also ja, mir hat es halt eben nicht gefallen. Und da habe ich mir das angeschaut. Da habe ich mir gedacht, warum hat mir das gefallen? Das sieht komisch aus. Und dann habe ich mir nochmal den Facebook-Post angenommen und gedacht, uff, so falsch rum. Zack, hat es mir gefallen. Also in dem speziellen Fall hat es nicht funktioniert. Okay. Ja, und seitdem aber das Landra-Battle, ich, André Andersen, mir noch ein Bild malt. Aber er ist ja so bissi, weil er eben alle Bilder aus der Hand reißt. Ja. Nee, ich habe den Motiv auch wirklich schon zweimal versucht, aber das sah immer Mist aus. Weil es gibt so, weißt du, Motive, die kannst du halt so malen, wie du sie vom Kopf hast. Und dann ist es aber auch, denkst du da, könntest du aber auch ein Foto jetzt von Google runterladen. Da hast du das selbe. Ich finde es immer cooler, wenn man es so ein bisschen umarbeitet. Sag mal, so dein ganzen abstrakten Kram zurzeit ist ein bisschen hinten runtergerutscht, oder? Machst du kaum noch, oder? Machst du jetzt so viel ein bisschen Porträtsachen und so, oder? Wenn ich es richtig verfolge? Ja, das macht mir gerade so viel Spaß, weil ich ja einfach diese grobe Schwarz-Weiß malen, das macht mir extrem viel Spaß, weil es kommt so meiner Art von Kunstaufassung gerade ganz gut entgegen. Weil ich bin kein sehr idylliger Mensch und ich arbeite auch nicht sehr ausdauernd an Sachen. Ich bin eigentlich immer nur gut, wenn ich kurz improvisieren kann. Also deswegen sind diese relativ simplen Bilder mir gerade sehr ans Herz gewachsen. Ah. Ja. Hier Sandra hat noch eine Frage an dich, André. Was du von Udo Lindenbergs, ich weiß ja nicht, wie man das spricht, Leckerellbildern? Oder Leckerelle? Leckerelle. Leckerelle. Der malt einfach Aquarellbilder, nicht mit Aquarellfarbe, sondern mit Schnaps, mit Dekör. Ah, okay. So. Finde ich eine coole Idee. Ich finde es ja immer gut, wenn ein Künstler irgendwie für sich selber irgendwie abgefahrene Arten macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Udo mal wieder in einer Bar saß irgendwo und eine Serviette vor sich hatte und dann mit einem Finger irgendwie. Und dann dachte er, oh, das sieht ja eigentlich ganz gut aus und die es so beibehalten hat. Und die Story finde ich eine ganz gut aus. Aber die Motive jetzt, nicht unbedingt mein Geschmack, aber. Okay. Was das heißt? Und dieser Likör oder was? Oder womit auch immer der? Ein Likör, ne? Ist doch so ganz klar. Aber ich meine, was meinst du denn damit? Das ist ja auch jetzt in der Farbe, bist du ja da relativ. Na, das sind halt sehr blasse Farben, sehr pastellig und so. Ich wollte gerade sagen, der färbt denn so toll? Grünlich, rötlich. Naja, wenn du auf Aquarellpapier malst, da redet, glaube ich, schon ganz gut. Aber wenn du sagst, die Likörelle treffen nicht meinen Geschmack, hat das ja auch dann zwei Bedeutungen, oder? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich mag zum Beispiel Blühcura-Sau gar nicht. Nee. Fink wahrscheinlich schon komplett aus. Da kannst du Udos Blau-Phase dann lieber nicht. Aber mit Orangensaft und Sekt, oder? Das ist doch geil. Ich finde es gut. Ich finde es eine coole Idee und eine coole Ausdrucksform. Ja, viel gut. Der zweite Teil der Frage war, ob du mit ihm gerne mal zusammen im Duett malen würdest. Nee. Nein, also im Duett malen stehe ich mir ganz schlimm vor der Stechen. Ich würde mit niemandem auch gerne im Duett malen, um das mal jetzt zu reaktieren. Ja, klar, oder? Das ist wie zusammen kochen. Das ist ja auch der Hass. Da sitzt einer daneben und trinkt Wein und der andere kocht. Das ist ja dann so eine Wettbewerbssituation. Genau. Das ist auch so wie zusammen Musik machen. Ja, furchtbar. Das ist schrecklich. Alles, was den direkten zwischenmenschlichen Kontakt minimiert. Bedingt dafür. Okay. Hier, Alex hat noch einen Gin vor Urzeiten empfohlen, nämlich Tanqueray Black Current Royale. Den kennen wir tatsächlich auch. Den hatten uns Alex und Anja, glaube ich, schon mal kredenzt. Und den fand ich gut, glaube ich. Volle gut, der kann mich ja nicht danach erinnern. Ja. Den war auch gut wahrscheinlich. Denke auch, ja. Ich mag ja immer so diesen Flavort, wenn der nicht so super künstlich schmeckt. Also nicht so aufdringlich irgendwie. Und ich glaube, der Tanqueray, der war echt gut. Irgendwie, der hat Spaß gemacht. Irgendwie, der war nicht schlecht. Trinkt ihr eigentlich gerade was? Irgendwas nett? Kaffee. Ah, ich auch. Das ist auch ganz langweilig. Ich habe schon wieder, Achtung, die Überraschung, Halsschmerzen. Och, nee. Dann trinkst du schon mit der Tee. Hast du vielleicht Schwarzschimmel in der Wohnung? Ja. Hast du das auch mal schon mal gedacht? Katja hat vor Urzeit mal gefragt, der Drummer von Tippisch Mode tritt auch solo auf. Jeans. Wie sieht es aus? Das stelle ich mir ja ganz schön langweilig vor, oder? So einen trommelnden Schlagzeuger. Aber der tritt solo auf, also ganz alleine? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, das wäre ja richtig schräg, oder? Ja, aber gibt es da nicht? Gibt es da nicht? Hätte man auch mal googeln können. Zeit genug hatten wir ja, ne? Das stimmt, ja. Also für mich ist das nicht, zumal ich ja eh so ein langweiliger Drammer bin, der immer das gleiche spielt. Das ist ja richtig. Warte, dann. Vielleicht auf einer Technoparty. Aber dann interessiert es ja auch keinen, oder? So live. Imps, 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 imps. Aber das ist ja wieder lustig. Ja, aber wenn so gar nichts mitläuft, also so nicht mal ein Bass oder so, ist schon irgendwie dröge ein bisschen, oder? Ich finde ja generell, Instrumente sind generell irgendwie besser, wenn sie mit anderen Instrumenten kombiniert werden. Trifft, glaube ich, auf alle zu irgendwie. Die wenigsten Instrumente sind ja als reine Solo-Instrumente konzipiert. Ach, ich stelle mir das cool vor, mit so einem Trump-Set am Lagerfeuer. Ja. Leute unterhalten. Genau. Mit so einem zwölfseitigen Akustik-Bass am Lagerfeuer. Ja, ein bisschen Sport machen. Das ist immer schön, ja. Genau. Oh, guck mal. André, mit Doppel-E, eine Frage an Sven. Was ist leichter für dich zu schreiben? Elektro oder Rock-Songs? Boah, das ist eigentlich egal. Tatsächlich. Das spielt keine Rolle. Produzieren ist natürlich ein bisschen einfacher, dann Elektro. Aber nö, schreiben ist wurscht. Und André, aber wahrscheinlich nicht André mit Doppel-E wie gerade, sondern der fragt, worauf bei der Einbettung von Schlagzeug in elektronische Musik zu achten ist. Irgendwie. Weil er meint, bei Division nervt es bei uns, bei Solar Fake nicht. Also irgendwas scheinen wir anders zu machen. Ja, ist gut, oder? Wir möchten wir anders zu machen. Gott sei Dank. Ich schwitze dir. Ich glaube ja, das liegt ganz zum Großteil wirklich an deinem Drum-Stil irgendwie. Oh, das auch noch. Der einfach gut passt. Ich glaube, das ist wirklich, das ist ganz wichtig irgendwie. Ja, der drängt sich nicht auf. Ja, der drängt sich nicht auf und versaut halt nicht das Feeling der Songs. Weil ich glaube, wenn du so normales Rock-Schlagzeug irgendwie zu elektronischer Musik spielst, dann versaust du den Charakter der Songs. Und mit dem, was Jeans macht, passiert das halt nicht. Und deswegen war das für mich halt auch, ich sage es jetzt immer wieder, ich glaube, ich habe es in dem Podcast schon 20 Mal gesagt, deswegen war das halt für mich klar, wenn jemand da am Schlagzeug bei uns sitzt, dann kann das nur Jeans sein, weil das ist der Einzige, der irgendwie cool spielt. Irgendwie. Das ist halt der menschliche Elektrodrama. Ja, genau. Das ist übrigens cool. Dann könnte man die Frage ja dann quasi so, ich lese nochmal vor, worauf ist bei der Einbettung von Schlagzeugen elektronischer Musik, wie ihr sie macht, zu achten? Ja. Jeans nehmen. Jeans nehmen, genau. Oder sollte Jeans dabei haben, dann läuft es. Aber das stimmt. Cool, gefällt dir die Antwort. Mach es kurz und knackig. Genau. Tina empfiehlt den Podcast Bumzack. Das klingt nach Schlagzeug, oder? Ja, das klingt nach Schlagzeug, ja. Meinst du, es gibt einen Schlagzeug-Podcast? Das wäre auch lustig. Ich glaube, der Tipp zu jedem Thema-Podcast. Das wäre auch ein Kraftwerk-Podcast sein, oder? Stimmt, ja, genau. Da stand bestimmt in der E-Mail drin, aber die... Wahrscheinlich, ja. Die ist nun schon länger, ja. Ich lese den nicht in dem Dokument, wenn ich so runterscrolle, welche Frage würdet ihr Harald Junke stellen? Echt? Das ist übelst geil. Weil ich löchle immer gleich raus von André, da ist so eine Frage-Runde, die wahrscheinlich keine Schnellfragerunde ist. Und der letzte Satz ist, welche Frage, umso völlig aus dem Kontext gerissen, stelle ich mir das übelst geil vor, wenn das einfach mal so als Frage, darf ich das nehmen? Komm, André mit Doppel-E. André mit Doppel-E schreibt, welche Frage würdet ihr Harald Junke stellen? Oh je, aber der ist doch schon tot. Aber egal. Ja, ich glaube, die sind alle tot in der Fragerunde. Vielleicht wird bei Harald Junke als Frage immer geteilt, ist, wie läuft's? Da kommt man ja auf allen Ebenen bei ihm dann. Ja. Aber ich glaube, ich würde ihm, glaube ich, keine Frage stellen. Ich würde, glaube ich, gerne mal einen Abend mit ihm irgendwo was trinken gehen. Ich glaube, der hätte einige Storys zu erzählen, die ich gerne hören würde. Ich glaube, auch einfach ein Bier aufmachen und labern lassen. Reden lassen, ja. Das ist schon ganz cool, ja. Aber das trifft hier, das ist ja quasi eine, also... Eine Totenrunde ist das, oder? Genau, ja, ja. Das ist aber so eine, ja genau, so eine Runde, das könnte man wahrscheinlich bei allen sagen. Also bei ein paar würde es mich nicht interessieren, aber ansonsten, naja, gut. Naja, aber haben wir schon mal eine Frage von der Schnellrunde? Genau. Wir können ja jede Woche jetzt eine Frage aus der Runde machen. Wahnsinn. Genau. Ja. Dann machen wir jetzt also nicht mehr Robert Smith, sondern Harald Junke jede Woche. Danke, André. Wollen wir hier noch schnell ein bisschen was zu Musik erzählen? Wir haben ja so eine Art Dingens-Spezial. Und dann... Ja, Ohrbluten, Ohrenbluten-Spezial, genau. Genau, weil wir diese Woche irgendwie, oh, ich weiß nicht, wir hatten irgendwie alle Kinder Lust, irgendwie schlechte Musik zu hören. Ich hatte generell nicht wirklich Lust, überhaupt Musik zu hören. Mir war irgendwie nicht nach Musik, aber... Ich habe tatsächlich ein bisschen Musik gemacht. Das war ja nicht so schlecht irgendwie. Ah, das hängt natürlich ab, ja. Ja, das ist ja nicht so blöd irgendwie. Aber ja, stimmt, ne, irgendwie. Ja, und dann so die Vorstellung, ich weiß ja nicht, was da vorne gerade war, aber das war irgendwie alles nicht, worauf man Lust hätte. Irgendwie, ich glaube, wir haben es wie Schlager wieder oder so. Oder? Ich weiß ja nicht so genau. Ich habe ja nicht geguckt. Als wir uns dann geeinigt hatten, habe ich dann ja nicht mehr geguckt, weil da erwiesen wäre. Jedenfalls haben wir uns dann auf Platz 36 eingeschossen. Ja, genau. Nämlich die White Latter. Wobei, da fällt mir nämlich gerade noch ein, ich habe diesen aktuellen Placebo-Song Try Better Next Time jetzt schon gehört, nach einem Monat, nachdem der raus ist. Den finde ich ja gut. Der fällt mir ja richtig gut, muss ich sagen. Ah, ich habe ja nicht gehört. Also viel besser als der andere irgendwie. Beautiful James, den fand ich ja ein bisschen... Ja, der ist nicht so schlecht, aber der ist irgendwie nicht so cool. Der ist nicht schlecht, aber der ist auch so Durchschnitt irgendwie. Ja, also den jetzt, den neuen, den finde ich ja deutlich über Durchschnitt, muss ich sagen. Also der ist echt cool. Hört mir den mal an. Genau, also Platz 36. Wie kommt es denn die Platte von denen? Ich glaube im März, Ende März jetzt irgendwie. Ah, ist ja bald. Genau, genau. Freue ich mich schon drauf. Ja, das wird bestimmt schön. Platz 36, White Lies, As I Try Not To Fall Apart. Das neue Album. Ja, hat es nur auf 36 geschafft, aber wie gesagt, das heißt ja nichts. Auf den ersten Plätzen ist es ja meistens Rotz. Insofern sagt es nichts. Außer manchmal. Außer manchmal. Genau. Ja, manchmal Februar 21. Genau. Nee, da gibt es ja noch öfter mal gute Sachen dabei, aber meistens ist es dann wohl Mist. Ja, Jeans, erzähl mal, du hast dich wahrscheinlich am meisten auf das Album gefreut von uns. Du magst die ja schon sehr. Ja, ich würde mich als Fan bezeichnen. Habe die natürlich auch schon vorbestellt gehabt und hatte die schon zum Erscheinungsdatum im Briefkasten. Herrlich. Und habe die seitdem auch wirklich sehr oft gehört, was hauptsächlich daran lag, dass ich mir halt auch beim ersten Mal, also ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, Sven war jetzt auch nicht so super begeistert, der mich beim ersten Mal jetzt nicht so vom Hocker gehauen hat. Aber bei seiner Lieblingsband denkt man sich, das kann ja eigentlich nicht sein. Muss ja an dir liegen. Ja. Und da hört man das dann öfter. Mhm. Genau. Also ich sage mal so, tatsächlich mit mehreren Durchhören gefällt es mir auch besser. Könnte so ein großer, so ein Hit fehlt für mich irgendwie. Ja, mir ging da generell mal durch den Kopf, was dieses Phänomen ist, dass man manchmal eine Platte mehrmals hören muss. Aber dann ist mir halt so eingefallen, klar, ich meine, die Künstler oder so machen die Platte ja über einen langen Zeitraum, Song für Song. Und dann hörst du die alle auf einmal an. Ja. Kann ganz komische Stimmung gerade sein. Da ging mir dann so durch den Kopf, das sind wahrscheinlich so einige Ohrenblutenplatten von Bands, die ich prinzipiell gut finde. Wenn ich die ein paar Mal noch gehört hätte, mir wahrscheinlich sogar besser gefallen hätten. Ja, ja. Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab. Klar. Genau. Also wie gesagt, ich finde die okay, aber so bis jetzt ist es immer noch nicht so, dass sie mich so richtig vom Hocker gehauen hat. Ich finde sie vor allem, also was wirklich eine Kritik, so einen Kritikpunkt ist, ich finde sie teilweise ein bisschen fröhlich. Das finde ich irgendwie ganz komisch bei der Mucke. Also so ein bisschen so, also da tue ich mich wirklich super schwer. Ja. Ja, sagt ihr doch mal. Sagt du mal, Sven. Also, ich muss sagen, also mir fallen drei Songs von der Platte ziemlich gut. Also ich finde den Titelsong, As I Try Not To Forget, den finde ich auch cool, ja. Den finde ich richtig gut, weil der zeigt so alle Qualitäten, die ich an den White Lies wirklich sehr mag. Das ist ein toller Sang, irgendwie sehr schmackvolle Synthies und Gitarren und wirklich so ein großartiger Refrain. Genau, der ist, also das ist so, das ist so ein Song irgendwie, boah, also dafür finde ich diese Band wirklich ganz, ganz großartig. Ich finde auch noch I Don't Wanna Go To Mars, den finde ich auch ziemlich gut. Den finde ich auch cool, ja. Und den allerletzten, There's No Cure For It. Dem, das ist witzig, genau, genau die drei sind es bei mir auch. Ja, okay. Wollte ich auch gerade sagen, das hatte ich so die Hoffnung gehabt, jeder Zweite, aber leider muss ich dann wirklich nach I Don't Wanna Go To Mars bis auf den letzten wieder warten. Ja, ging mir leider auch so. Ich habe das mal so ein bisschen versucht, zu analysieren. Also mir ist das, mir ist, mir gefällt der Bass auf dem Album nicht, irgendwie größtenteils. Was komisch ist, weil das immer so übelst geil war bei White Lies. Ja, aber der ist so verspielt und so funky und so. Genau, das ist genau der erste Song, wo es so funky losgeht. Der erste Song, Alter, da wollte ich schon ausmachen. Ja, genau, beim ersten Song. Genau, genau, tatsächlich. Ja, genau, da schreckt es einen schon ein bisschen ab irgendwie. Das kommt dann nochmal irgendwann. Ja, ja. Das ist echt komisch. Hört gar nicht mehr auf. Und dann kommen manchmal auch so ganz kitschige 80s-Anleihen. Genau, Simple Minds und so. Aber so richtig nochmal übertrieben habe ich dir die Fühle. Aber es ist echt witzig, dass es euch wirklich genauso ging. Bei mir war wirklich beim allerersten Song dachte ich mir, oh nee, also ich wusste schon, das kommt bestimmt noch besser. Aber dann dachte ich mir, warum packt man den jetzt ganz vorne ran? Aber das ist ganz oft so. Will man jetzt die Leute verschrecken? Ja, ich weiß nicht, das habe ich ganz oft, dass ich den ersten Song irgendwie wegskippen muss. Und dann, weil ab dem zweiten geht es dann manchmal. Da wird ein Brecher kommen, oder? Finde ich auch. Also finde ich ja auch. Komisch. Also jetzt müssen wir vielleicht, schade, dass wir keinen Podcast haben, dann könnten wir das nicht mehr schreiben. Genau. Da könnten wir die mal fragen. Ja. Genau, ja. Aber es ist ja spannend, dass du die Songs, und das sind halt dann auch die Songs, die 3D gesagt haben, wo der Bass einfach nicht so einen 80s-Quatsch macht. Irgendwie so einen 80s-Fund. Genau. Genau. Einfach mal so, ja, genau. Aber du wolltest noch was analysieren, du warst beim Bass, genau. Nee, nee, das ist wirklich, vor allem, das, was André gesagt hat, finde ich auch so, manchmal die Keyboards extrem so, also mich hat es an Simple Minds teilweise sehr erinnert, und die mochte ich halt noch nie. Und das fand ich so ein bisschen schade. Aber die 3 Songs, die ich da gesagt habe, die fand ich wirklich, wirklich cool, und schon dafür ist es das wert, irgendwie, finde ich. So, André, jetzt du. André, sag du mal. Ja, komm. Also ich kann mich eigentlich auch euch zu 100% anschließen für mich. Wenn das Album von der Band gekommen wäre, die praktisch ein Newcomer wäre, wie gesagt, alter Hut ab, coole Songs und so, aber für White Lies klang mir das Album so ein bisschen uninspiriert. Also die, als wenn du jetzt, wenn man einen Song als Demo macht, auf dem Rechner, und du sagst, der ist eigentlich cool, aus dem könnte noch was werden, den dann aber irgendwie nicht so richtig zu Ende gemacht hast. So, die, die haben oftmals coole Intros, die steigen cool ein, und dann denkst du, jetzt müsste eigentlich noch ein bisschen mehr kommen, aber irgendwie fehlt es dann bei dem Album. Außer so bei zwei, drei Ausnahmen, ja, aber die auch nicht der Überburner sind, so, wenn ich jetzt mit anderen Sachen vergleiche, von denen, keine Ahnung, war das. Das könnte wirklich sein, als wenn die einfach jetzt eine Platte machen wollten und haben gleich die ersten zehn Songs, die sie geschrieben haben, auch genommen, anstatt vielleicht einfach mal ein bisschen weiterzumachen und zu gucken, ob vielleicht noch ein Besserer kommt. Aber ihr wisst ja auch, wie es ist, wenn man jetzt Corona so lange im Lockdown und man konnte nicht so richtig raus und so, vielleicht verspielt, vertüdelt man sich dann auch ein bisschen, wenn man so viel zu Hause dran rumdoktert und man lässt den Bassisten viel zu viel Raum. Ja, man weiß ja auch, wie das ist, man arbeitet irgendwie wochenlang an so einem Song und sagt, oh, der ist ja großartig und dann spielst du dir ein paar Leuten vor und dann guckst du so in Fragen die Gesichter und musst dann feststellen, hast du ein bisschen overdone. Aber wie gesagt, es ist schon auch meckern auf hohem Niveau, aber die Kette von den Whitelights schon ein bisschen was Cooleres erwartet. Ja, aber genau, also ich freue mich trotzdem wahnsinnig auf die Konzerte, die sind ja auch in Leipzig, da freue ich mich wirklich tierisch drauf. Ja, das ist auch wirklich eine tolle Liveband irgendwie, weil ich fand das ja bei Mera Luna so krass, wie die zusammenspielen und diese ganzen Tempowechsel. Amphi meinst du, oder hast du die bei mir auch noch mal gesehen? Amphi, sorry. Ja, super, ich hab die ja auch zu dem Zeitraum total oft gesehen und ich fand halt cool, dass sie auch wirklich immer mal noch was überraschend ist in die Setlist einbauen. Ich hab ja so einen Lieblingssong, der jetzt nicht so gewöhnlich ist und ausgerechnet zum WGT, wo die Setlist wahrscheinlich eh ein bisschen kürzer ist, kommt ja plötzlich. Ich hab schon völlig damit abgehakt, weil ich die vorher schon dreimal gesehen hab, dachte, naja, okay, hat's wohl nicht geschafft. muss ich mal kurz ausrasten vor Freude. Musst du sogar tanzen vielleicht. Na, nee, aber weiter vorgehen, immerhin, immerhin. Ja. Nee, nee, also trotzdem immer noch eine tolle Band und dann gucken wir mal. Das ist keine Frage. Das ist auf jeden Fall eine Band, bei der man immer noch weiß, das nächste Album kann schon wieder richtig cool werden. Wenn ich mir so überlege, wenn die die Songs live spielen und die vielleicht da ein bisschen mehr ins Ruffere ziehen irgendwie, dann wirken die wahrscheinlich auch schon mal wieder ins Anlass. Ja, ich glaube auch so, das grundlegende Songwriting ist ja auch wirklich gut, also das ist ja nicht schlecht, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Umsetzung, die einfach meinen Geschmack nicht trifft irgendwie. Was hebt ihr denn für eine Wertung oder wollen wir die Wertung lassen? Oh, na, ich gebe aus Prinzip vier. Das ist schon einfach so. Ja, also wenn ich mir überlege, guck mal, was andere für Kandidaten anderthalb oder zwei bekommen haben, das geht gar nicht anders. Das stimmt. Bei mir jetzt zumindest. Ja. Also ich finde halt, die drei Songs, die genannt habe, die finde ich halt wirklich richtig gut. Den Rest finde ich halt, der gefällt mir halt wirklich nicht. Insofern ist das echt schwierig. Also wenn ich jetzt nur die drei Songs hätte, dann würde ich locker vier und halb geben oder so. Aber so vielleicht eher nur so dreieinhalb, drei, drei, dreieinhalb, so. Ja, sehe ich ähnlich. André? Und ich ziehe für die Funk-Anleihen die gelbe Karte und die habe ich auch nur dreieinhalb. Naja. Für erste Verwarnung. Ja. Ja, das stimmt. Ja, also. Ja. Also Funk-Bass ist wirklich, das geht wirklich gar nicht. Das ist witzig, das wir da wirklich genau, das war wirklich auch genau mein Gedanke. Also ich weiß ja nicht, ob ich damit, wo das nochmal kommt. Vielleicht jemand auf die Füße trete, aber Funk ist für mich eines der schlimmsten Dinge. Ja. Ja. Nicht in der Musik generell, die erfunden wurden. Ja. Ja, da bin ich genau bei dir. Also. Danach kommt gleich alkoholfreit Bier. Das ist eh ein Level. Ja. Ungefähr, ja. Brauchst du mir das nicht. Das ist wirklich komische Musik, oder? Also das hören wahrscheinlich auch nur Musiker oder gar niemand. Wahrscheinlich hört das niemand. Das spielen nur Musiker und denken, es gefällt jemandem und haben einfach nicht. Das hören halt Leute, die eine positive Lebensgrundeinstellung haben und gerne tanzen und so. Aber da tanzt doch auch keiner irgendwie. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemandem wirklich gefällt. Also falls es da draußen jemand gibt, der uns hört und auf Funk auch steht, dann versucht uns mal. Dann haben Beschwerde jetzt solarfake.de. Genau. Dann schickt uns mal einen guten Funk-Song. Als YouTuber. Nee, lass doch mal. Nee, es gibt doch wahrscheinlich niemanden einfach. Also sucht die Funk jetzt bloß nicht an, auf Krampf zu suchen, Leute. Nein, bloß nicht. Nee, nee, nee. Ja. Das ist wirklich nicht schön. Ja, dann machen wir noch eine schnelle Runde. Noch eine schnelle Runde, oder was? Genau. Welche machen wir? Wollen wir die USA-Runde nehmen, oder? Hat man nicht letztens erst eine USA-Runde? Ja, ja, genau. Es kam doch eine hinterher. Ja. Wir können doch eine andere machen. Mir ist egal. Ist die cool? Ich habe die noch nicht gelesen. Die ist wieder cool. Die ist wieder cool. Die anderen sind auch cool. Also nicht, dass jetzt die Schnell-Runde-Rate-Erfinderinnen und Erfinder traurig sind. Genau. Na dann, Rodeo oder Stock-Car-Rennen? Also dann Stock-Car-Rennen. Da wären wenigstens keine Pferde zwischen den Ritten und Bullen und so. Bullen, genau. Ja, auf jeden Fall. Dann lieber Autos kaputt machen. Fändige hoch, klar. Wobei das auch ganz schön schwachsinnig ist, oder? Natürlich, total bescheuert, ja. Ja, aber wenigstens fahren sich da die Leute bloß selber gegenseitig tot. Das ist okay. Ja. NBA Basketball oder NHL Eishockey? Dann nehme ich Basketball. Interessiert mich beide überhaupt gar nicht. Also 0,0. Eishockey interessiert mich noch ein bisschen weniger. Als Eishockey, da wäre es mir viel zu kalt, ja. Davon abgesehen, ja. Wobei ich da, da musste ich auch mal, ich habe einen Freund, der das gerne guckt, mal zugucken, das ist total krass. Das Spiel wird ja ständig unterbrochen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir mal ein Spiel gesehen haben. Eishockey oder Basketball? Nee, bei Basketball. Bei Eishockey vielleicht auch. Da wird ständig die Uhr angehalten. Und oh, das ist wirklich bis da mal irgendwie 15 Minuten oder was umsinnend. Also die echten. Das kann sich echt ziehen. Kannst ja gleich American Football gucken. Wahrscheinlich, ja. Naja. Weiter geht's. Dann Trailer, also so große Wohnwagen oder Trike, so ein großes Motorrad-Dreirad. Da verstehe ich jetzt die Frage nicht so ganz. Was für den USA halt. Was für den typischen USA. Dann würde ich lieber den Wohnwagen nehmen, weil auf so einem Trike schlafen ist wahrscheinlich nicht so annehmen. Ja. Ruckig. Oder so ein Wohnwagen ist auch geil. Ja, klar. So ein großer Silberner. Ja, definitiv. Und Trike, das ist so albern, oder? Also sieht man ja manchmal in Deutschland auch rumfahren, die Dinger. Ja, also ich halte wirklich jeden, der so ein Ding fährt, für einen Idioten, muss ich erst mal so sagen. Also entschuldigen, wenn es da draußen jemanden gibt. Ich wollte es nicht so sagen. Guck mal. Aber dann, also dann muss ich dir ganz offen und ehrlich sagen, es sieht zumindest idiotisch aus, wenn da draußen das jemand hört. Dann haben die seine Freunde nur noch nicht getraut zu sagen. Ja, genau. So. Solche Freunde hast du. Oscars oder Emmys? Wofür hebt es die Emmys jetzt nochmal? Ja, danke, dass du das fragst. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich weiß nicht, da gibt es ja noch Grammys und so. Remy ist doch Musiker, ne? Das weiß ich. Emmys? Ist das für Serien? Kann das sein? Sag mal schnell googeln. Der Emmy Award ist der bedeutendste Fernsehpreis. Ah. Genau. Also Oscar. Ah, Kino und Fernsehen. Ah, okay. Also ich habe Belet noch nicht gesehen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich lieber die Oscars gucken. Also eher Filme. Ja, klassisch, oder? Ich bin noch für Oscar, ja. Das Museum of Modern Art in New York oder das Museum of Pop Culture in Seattle. Da würde ich das Museum of New Modern Art vorziehen, weil Pop Art interessiert mich nicht so und das andere aber schon. Ja, genau. Das MoMA, das war ja mal in Berlin auch irgendwie, irgendwann vor ein paar Jahren. Warst du da, André? Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Leider auch nicht. Ich weiß noch, das gab da ja einen Schlechtkarten für, ich habe auch keine gekriegt. Jeans, was meinst du? Also ich bin noch bei MoMA. Ich nehme Pop Culture, weil das auf mich cool klingt und ich mir nichts darunter vorstellen kann. Aber MoMA ist bestimmt auch cool. Könnten wir mal schauen, ob wir uns das dann vielleicht anschauen können. Wir sind ja dann im Juli mal da. Das wäre nicht schlecht, ja. Das stimmt. Ja. Der 4th of July mit Barbecue und Feuerwerk oder Thanksgiving mit Familie, Football und Truthahn? Vegan natürlich. Natürlich, alle Degas. Natürlich, genau, genau. Dann sage ich, veganer Truthahn anstatt Vorherwerk. Also Thanksgiving. Genau. Ja, bin ich auch dabei. Irgendwie dieser Patrioten-Kram, das ist alles nicht mein Ding. Ja, aber ich sage es einfach mal, weil mir glaube ich im Juli die Temperaturen besser gefallen. Das ging zum Nachhinein. Nach Sonne und draußen sein. Und ich glaube, der Anlass ist ja für die meisten wahrscheinlich. Ich hoffe immer auch jetzt. Du musst ja halt zu Thanksgiving nur in den Gegend fahren, wo es noch warm ist. Das geht ja. Das ist ja groß genug geplant. Ach so, Patriotismus ist, das ist halt immer nur, wenn es kippt, scheiße. Aber jetzt einfach mal so ein bisschen so sein Land abkulten. Naja, ich sage jetzt mal, beim kurz vorgehenden Präsidenten der USA. Ja, der hat es ja übertrieben. Klar, sag ich ja. Ja, da war das jetzt. Aber man darf das, ich finde, das hat mal jemand gesagt, man darf das Fahne-Schwingen halt nicht nur den Arschlöchern überlassen. Also nicht, dass ich jetzt scharf drauf bin, jetzt hier irgendwie. Wollte ich gerade sagen. Ja, schon, aber letzten Endes wedeln Leute mit Fahnen. Ich weiß nicht, gehört das irgendwie ein bisschen dazu, oder? Also ich habe nur Klischees im Kopf. Von daher. Na gut, weiter geht's. Halloween, Horror oder Spring Break. Das ist eine schöne Beschreibung. True Horror, ja. Weiß nicht, ob ich auf diese Frage oder einer von uns auf diese Frage ernsthaft antworten möchte. Wobei Jeans, Frühling, Frühling wäre wieder wegen der Jahreszeit, würde ich das glaube ich wieder nehmen. Also ich mag ja auch die kühle Jahreszeit lieber, deswegen Halloween definitiv. Ja, definitiv. Also, ja. Ich bin ja generell nicht so dieser Mensch für, aber egal, ja, trotzdem bleibe ich bei Halloween. Ach, trotzdem, ich bringe mich aus der Ferne an und zeige mit dem Finger auf die Jugend. Rufst die Brünen, wenn es zu laut wird, ab 22 Uhr. Genau. Auf Deutsch, natürlich. Natürlich, klar auf Deutsch. Cable Car Ride in San Francisco oder mit der Schwebebahn in Chicago. Also, ich bin ein großer Fan von Chicago. Wir wurden letztes Mal, als wir da waren, obwohl wir nur kurz da waren, aber diese Stadt hat irgendwas. Also deswegen würde ich da mal die Seilbahn fahren wollen. Ja, wobei in San Francisco waren wir noch gar nicht irgendwie. Das wäre schon auch cool. Doch, waren wir. beim Monk, warte, in San Francisco? Wir waren auf der letzten Tour in San Francisco. Nee, waren wir noch nicht. Nein. Nein. Echt nein. Doch, doch, da waren wir auf der letzten Tour. Ich habe Fotos. Das sind so überraschende Wendungen hier in unserem Quiz. Das war die Stadt, wo wir in dieser Guar Bar da waren, wo die uns noch... Die mit den vielen Wübeln, Sven. Das war doch... Ach, das war San Francisco. Nee, nee, nee. Nee, das war San Francisco. Echt? Ja, ja, war... Pass auf, ich habe hier... Aber haben wir da auch gespielt? Nee, oder? Ja, wir haben da gespielt. Das war dieser Club mit dem riesen Kronleuchter, wo es so kalt war, wo wir die ganze Zeit hinten im Treppenhaus gesessen haben. Ach, bin ich froh, dass wir im August, September ein bisschen warm waren. Echt? Ja, ich habe auf Google Drive neulich meine Bilder aus Amerika wieder gefunden. Und da ist auch dabei... Moment, Moment, Moment. Jetzt ist es natürlich schade ich mir doch. Ja, jetzt guck mal schnell. Ich mach das nachher dann schneller. Ich mach das nachher. Ja, ja. Das ist ja verblüffend. Ich habe keine Bilder von... Ich habe dir schwören können, dass ich noch nie in San Francisco war. Aber wir waren in San Francisco. Echt? Ja. Waren wir. Aber nein, ernsthaft? Wir waren doch... Also guck, wir waren noch mal nach... Und wir lösen das nächste Mal auf dann. Ja, genau. Also du sagst Schwebe... Nee, du sagst Cable Car Wide. Ja, schon noch wegen Monk. Nee, ich sag das. Ja, ich sag Seilbahn. Ach so, eine Schwebebahn ist das andere. Genau. Deswegen war es verwirrt. Weil die Cable Car ist ja auch an dem Seil, in gewisser Maßen. Also du sagst Chicago. André. Ja. Ja. Okay. Ich hatte das Glück ja schon zweimal in San Francisco zu sein und ich habe den ganzen Scheiß mitgemacht. Cable Car fahren. Wir sind sogar mit so einem alten Ami-Schlitten über irgendwelche Hügel gesprungen. Haben wir mal extra geguckt, wo wir so richtig schön... Wie ist das so? Also filmemäßig. Das ist nur ein bisschen scheiße, weil da überall rechts vor links ist beziehungsweise dieses komische, wer zuerst da ist, hat Vorfahrt. So war das immer ein bisschen gefährlich. Das muss man dann mitten in der Nacht machen. Kurze Auflösung. Sven, du hast recht. Wir waren nicht in San Francisco, sondern ich habe es mit Philadelphia verwechselt. Ah, guck mal. Ja, hast du also recht. Das ist eine krasse Verwechslung. Ja. Ja, du. Ja. Geografie lag mir schon immer. Gut, ich sage noch ganz schnell Schwebebahn. Weiter geht's. Sehr gut. Muffin oder Donut? Oh, ist auch schwer. Aber Muffin, da ist mehr dran, weil da kein Loch in der Mitte ist. Ich sage trotzdem, Donut schon wenig in Simpsons. Ja, stimmt. Kennt ihr noch diese McDonalds-Donuts so aus den, sage ich mal, so 90er Jahren, kurz nachdem es McDonalds hier in die DDR geschafft hat? Die fettig glasierten? Da gab es Donuts mit Zuckerklasur und mit Schoko. Die waren so geil. Und seitdem versuche ich noch einmal so einen Donut zu essen. Echt? Ja. Wird einfach nicht. Ich finde auch die Dunkin' Donuts nicht so geil. Ich mag ja auch so diese Füllung und so nicht. Also ich schon. Ich war so der Hammer. Also ich sage, Donut schon mal, ganz klar. Muffin sind so schwer zu essen. Gestern hast du da einen gehabt. Da kommen wir ja in Amerika, da wieder schön aus dem Vollen schöpfen. Da habe ich so viel Donuts zu essen. Ah ja, vielleicht koste ich die da mal. Ich gebe denen allen eine Chance. Genau. Eine faire Chance. Hässlich. Weiter geht's. Homemade Lemonade oder Homemade Ice-Tee? Lemonade. Danke. Ja. Bin großer Freund der Zitrusfrucht. Ja. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Nehme ich auch. Fantastisch. Das ist beides geil, aber ich würde auch ganz knapp sagen, eine Monate selbst gemacht ist natürlich noch mal abgefahren. Ja, aber so ein Pfirsiche Ice-Tee direkt irgendwie, wenn die Pfirsiche oder so direkt aus der Ecke kommen. Es sei denn, es ist hausgemachter Long Island Ice-Tee. Ja, sehr schön. Gut, weiter geht's. Grizzly oder Coyote? Puh, weiß ich auch nicht. Exakt, Coyote. Genau, aus dem Grund. Genau. Ja, nämlich auch ist, ja, ist auch niedlich. Ja, klar, die sind so cool. Die sitzen die ganze Zeit durch die Gegend. Kennen wir ja von diesen Dogos, von diesen bezeichneten. Hm, genau. Die Everglades, diese Sümpfe da in Florida oder Yellowstone in Wyoming. Genau, Yellowstone National Park. Ich nehme Yellowstone. Ja. Sümpfe sind nicht so mein Ding. Aber da hast du diese lustigen Dinger, mit denen man da drüber heizen kann. Ja, aber. Das ist bestimmt auch cool. Dann hast du auch die lustige Hitze und die lustigen Moskitos aus dem Sumpf raus. Nein, weniger herrlich. Die Alligatoren. Ja, das ist cool. Stimmt. Ja. Nee, ich bleib bei Yellowstone. Aber im Yellowstone, da kriegst du auch, das ist auch vielleicht nicht schön. Ich weiß ja nicht so. Naja, aber für irgendwas muss man ja. Ich kann ja nicht sagen, Room Service. Also. Was meint immer meine erste Wand. Genau so. Als Doku im Fernsehen finde ich beides sehr toll. Stimmt. Sagen wir mal, alleine ohne Auto würde ich weder das eine noch das andere versuchen zu meistern. Ich kann mich nicht entscheiden, wie ihr merkt. Jeans, was sagst denn du? Ich sag Everglades. Ja, logisch. Ich will unbedingt mal nach Florida. Ich mag Alligatoren. Ich mag Hitze. Ja. Und das kann auch schwül sein. Ist mir scheißegal. Okay. Und ich will mit so einem abgefahrenen Gefährt rumflitzen. Ja, cool. Dabei denke ich an Miami Weiß. Stand-Up Paddling auf den Great Lakes im Norden oder Jet-Skiing im Golf von Mexiko im Süden? Da muss ich wieder als umweltbewusster Mensch sagen, lieber Stand-Up Paddling auf den Great Lakes. Ja. Du kannst natürlich auch im Golf von Mexiko Stand-Up Paddling machen, oder? Ja. Aber Stand-Up Paddling sieht schon ein bisschen bescheuert aus, oder? Bescheuert aus, ja. Ja, aber macht gerade irgendwie ungefähr jeder, das heißt, wir sollten da jetzt nicht zu ... Aber auf so einem laut kreischenden Jet-Ski irgendwie durchs Wasser pflügen, finde ich noch affier, ehrlich gesagt. Ja, das ist total bescheuert, ja. Sorry an alle Jet-Ski-Fahrer. Ja, nee, die haben ... Ich bin Jet-Skiing. Nee, das ist wirklich scheiße. Also, das ist assig. Dann nehme ich auch lieber Stand-Up Paddling, so oder so. Ich bin der Band-Assi jetzt mal. Du bist der Band-Assi. Ja. Ja. Okay. Sunburn oder Spray-Tan? Wie ist das eigentlich, was Spray-Tan ist? Was ist denn Spray-Tan? Wissen wir das? Sprühtanne. Dann nur Tanducht für Weihnachten. Das ist der Tang, oder? Wahrscheinlich, irgendwie. Keine Ahnung. Oder ist das hier diese ... Also, das ist ein Selbstbräuner. Das ist, glaube ich, oder? Ach, sind wir doof. Siehst du, Karin, die setzt uns hier wieder vor Herausforderungen. Die will uns nur Plus stellen, glaube ich. Ja. Oder so was, oder? Denke ich mal. Also, ich mag weder das eine noch das andere. Also, Sandbräuner muss ich auch mal ausschließen. Selbstbräuner ist doch seit Thomas Anders auf der ... Sollte auf der verbotenen Liste stehen, glaube ich. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ach, nee, Sandbräuner heißt bestimmt nicht Sonnenbrand, oder? Das heißt bestimmt einfach nur Sonnengebräuner. Ich bin so dumm, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber das betet nicht. Nee, das kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Nee, das ist eine schöne gepflegte Krufti-Pläse. Genau, genau. Bleached Hair oder Bleached Teeth? Also, ihr bleicht die Haare oder ihr bleicht die Zähne? Das ist für mich betet okay. Ja. Haare habe ich gerade, ihr bleicht die Zähne habe ich noch nicht gemacht, aber würde ich auch machen. Und mir ist das betet okay. Ich finde, die bleichte Zähne, das sieht so, das sieht komisch aus. Das finde ich immer ... Naja, wenn du sie so übermäßig bleicht nähst, du kannst ja in allen möglichen Abstufungen machen. Ja, aber ... Wenn du danach aussiehst, als wenn du in Tschernobyl gearbeitet hast. Einfach, das sieht halt aus, als wären die alle ja nicht echt und so. Also, bei ganz vielen finde ich das ganz merkwürdig irgendwie. Das gefällt mir auch tatsächlich schmacklich nicht irgendwie. Nee, ich glaube, dann lieber Bleached Hair. Jo, schließe ich mich an. Ähm, Reality-TV, Kardashians oder Osbournes? Na, Osbournes auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, oder der Ossi. Ja. Und die eigentliche ganze Sippel ist ja auch arsch cool. Ja. Ja, also definitiv. So, das war es. Ja. Guck mal, haben wir das auch geschafft. Sehr gut. Wahnsinn. Schön. Dann, ähm, ja, dann machen wir einfach Schluss an der Stelle, würde ich sagen. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir uns nicht am nächsten Dienstag mit, äh, schlechten News zurückmelden müssen und bleiben alle positiv. Noch schlechteren, ja. So sieht's mal aus. Gut, na dann, bleibt schön gesund. Genau, bleibt gesund. Genau. Wir sehen uns bald. Ach, scheiße, ich hab noch irgendeine Sache vergessen, anzukündigen. Ah. Ähm, nämlich heute kommt noch ein Remix von mir raus, von Blacklight, den ich gemacht habe. Ha. Da packe ich dann noch den Link in die Show-Notes, falls ihr noch jemand mal anhören möchte. Genau. So. Und jetzt aber. Ciao. Tschüss. Tschüss.